Hey Leute, Toni, der Tutor. Ich würd echt gern heute, aber sie hört immer dasselbe Lied und ich weiß mir jetzt bald nicht mehr zu helfen. Ich möchte es so gern für euch machen, aber es ist zur Zeit einfach wirklich schwierig. Und ich hoffe ihr verzeiht mir und ich hoffe, dass es morgen wieder normal sein kann. Aber ich kann euch zur Zeit nichts mehr versprechen. Ich hoffe, euch gehts gut und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Toni, der Tutor.